Ich beschreibe mich als eher einen ruhigen Typ. Ich habe einen sehr abwechslungsreichen und doch auch glinstressigen Alltag. Da brauche ich einfach ab und zu Ruhe auf dem Meises. Eigentlich komme ich in die Denkkanne da oben. Da ist einfach alles ein bisschen entschleunigt und man macht einfach alles viel bewusster. Musik Bei meiner Leidenschaft nehme ich es gerne sehr genau. Und das kann ich auch ausleben. Beim Kochen fasziniert mich, wie aus verschiedenen Zutaten ein feines Gericht entsteht. Und genau gleich ist es auch beim Arbeiten. Aus einzelnen Aufnahmen entsteht ein spannender Film. Beim Arbeiten darf ich mich ständig kreativ ausleben. Und so ist kein Tag wie der andere. Das ist aber auch anstrengend. Und darum schätze ich eben die Zeit auf dem Meises. Die Mischung aus Ruhe und Abwechslung ist für mich genau das Richtige. Bindos auf hat. Und das ist einfach. Wenn du dich gerät musst, ja.